wie ist denn das bestellt mit den solarpanel braucht man ja noch mehr dann ist es denke ich mal an der zeit das ganze hier ein bisschen auf die spitze zu treiben unser unser repertoire an öfen zu erweitern würde alles reingepackt oder habe ich die kohle schon wieder woanders hin habe ich schon wieder irgendwo anders hin diese spinnen hier überall spinn ja da haben wir schon ein bisschen bluball wolle ist was was wir echt brauchen wolle 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 wir sollten uns überlegen ob wir nicht eine kleine flachsfarm aufstellen haben wir davon welche eins ist jetzt nicht gerade berauschend naja 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 gut ist hier draußen irgendwas zu sehen nö nö warte zeit überbrücken hier gut elf dinger das sollte erstmal reichen habe ich da überhaupt alles dabei kupfer das ist ja alles noch nicht gebraten geschmolzen wieso nicht wieso nicht wieso nicht naja naja man kann nicht alles haben ja auch mehr strom damps 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 mehr strom wie kriegen wir jetzt noch mehr strom raus geothermal nein eher weniger wir müssen wirklich solaranlagen bauen leute es hilft nichts es hilft nichts es hilft nichts wir brauchen unbedingt billigen strom blick blick wassermühlen sind zu wenig wassermühlen sind zu wenig dann ab dafür würde ich sagen was mache ich denn da muss denn mein ganzes zeug also kommen das ist ja echt nicht schön das ist echt nicht schön gerade das macht gerade gar keinen spaß macht gerade keinen spaß so unorganisiert wir sind viel zu früh umgezogen viel zu früh dann müssen wir eigentlich das ganze eisen hier reisen schmelzen man uns geht alles aus kann man die hier verbrennen die brauche ich eigentlich gar nicht mehr die brauche ich eigentlich gar nicht mehr die kann man leider nicht verbrennen okay das hier ist auch ach so das braucht ja mehr okay okay wir können eigentlich schon eine solarzelle machen wenn wir nicht so viel glumpe im momentar hätten ich denke mal ich habe alles alles was ich brauche zwar noch nicht ganz aber das wird schon noch das ist auch erst eine umgewöhnung für mich alles ohne äquivalent exchange zu machen es ist nicht so einfach wo sind jetzt die kabel hin das gibt es doch nicht ich habe nur drei batterien gemacht das war noch elf kabel wo sind wir hin ich die da rein getan echt so was so was aber auch dann kraften wir ihn mal dann kraften wir ihn mal solarzelle juhu und schlafen tust du mein haus verschwinde und schlafen so weiter geht's was spawn point not set ah ja wir brauchen hier daneben glaube ich noch alter wie viel frisst der davon nein ich will hier ich will hier so ein cooles ja wie geil ich hoffe wir haben jetzt unseren spawn hier gesetzt ich denke aber schon haben wir noch leiter gehabt ja äh äh okay äh hallo hallo wir sind auf dem dach okay wir sind auf dem dach wie bauen wir die jetzt am blödsten hier hin so dass sie uns nicht stören das kann ich nicht weg machen nein so dann bauen wir sie am besten naja es ist egal wie wir sie da hin bauen am liebsten würde ich noch höher gehen aber oh ähm ja nee ne da brauchen wir jetzt keinen brush sondern wir brauchen painter was kriegen wir da am blödsten zusammen den da yellow yellow und red am blödsten okay hoffentlich haben wir so viel wolle hoffentlich kriegen wir so viel zusammen hoffentlich kriegen wir so viel weißwolle weißwolle und blümchen haben wir blümchen ich kann mich nicht erinnern irgendwann mal blümchen mitgenommen zu haben nein aber nicht gelbe und rote gelbe und rote gelbe und rote hallo ziegen oh ihr fliegt aber weit da hinten gibt's welche ah das sieht aber auch geil aus da aber keine roten du musst bis dahinter laufen bis dahinter für rote blümchen ist aber auch ein schönes gebiet hier gefällt mir hier mit dem gebirgszug ist schön aber ich brauche rote blümchen komm zu mir rote blümchen wir hätten vielleicht auch ein paar knochen auf den boden werfen können aber das wäre langweilig gewesen oh von hier sieht man mein haus oh schaut mal ich find's schön und jetzt da dann die ne fabrik drauf boah wär das geil wär das geil so richtig ne fette fabrik und da oben irgendwas da müssten wir aber viel abgrasen das wär viel arbeit dafür würde ich die tunnelbohrmaschine auch noch oben holen haha ja ja so ach was ich euch noch fragen wollte hat euch der speed teil gefallen wo ich mein haus gebaut habe also wenn euch gefallen hat dann mache ich sowas gerne nochmal also ich bin da ich bin da ganz frei und wer da wer will da mache ich dann gerne nochmal sowas so wir brauchen 24 eisen insgesamt so ah nee erstmal erstmal müssen wir die die wolle einfärben so dann so oh das wird aber zu nem normalen Painter oh shit naja naja kostet's uns halt eine Farbe mehr naja nicht so wild so dann das hier gelb und das hier rot und das hier sollte nix ausmachen nein gut ups oh der ist schon das ist schon voll das wollen wir nicht wir wollen hier durchgehend produzieren wat das ging aber schnell das ging aber schnell so weiter im Programm vielleicht nochmal ne Solarzelle machen das wäre gar nicht so schlecht das wäre gar nicht so schlecht damit wir mal ein bisschen hier uns jetzt upgraden damit wir da mal die damit wir genug Strom haben und das ganze Zeug weil das ist schon echt ist schon echt ein bisschen wenig gewesen jetzt in letzter Zeit also dass wir das mal hinkriegen so bitteschön schneller schneller haben wir davon noch was nö 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 holz haben wir genug wozu brauchen wir holz nix wir brauchen auch noch mal zwei extra egal kraft mir erst mal das andere und dann dass da das da das da generator kohle das glas noch eine solarzelle sehr schön sehr schön so mag ich das so mag ich das okay wir kommen der gesicht geschichte schon näher also so langsam so langsam wird ja das gefällt mir das gefällt mir so nächste aktion nächste aktion was hat uns denn die ganze zeit gefehlt wir brauchen immer noch thermophilen das haben wir das brauchen wir noch ein bisschen alles da alles ich doch hier den ganzen batzen reingehauen wer ist denn da flying god ah ja das hat man ja gesehen das habe ich da ja mal runter geschossen silber 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 kommt zu mir silber so okay davon haben wir zwar noch vier aber uns fehlt echt wollte also wolle case bei das borne die dieselbe idee wie case bei des borne ich habe da so ich habe da so eine idee um gut an wolle zu kommen ich habe da so eine idee und zwar da müsste ich mir mir das noch mal anschauen wie dieser über die geschichte hier funktioniert das wäre so eine sache dark okay ich werde mal eine kleine kurze pause machen so ich habe jetzt ein bisschen getestet und ich bin dem zu ganz witzigen ergebnis gekommen und zwar werde ich das jetzt mal machen wir haben ja unten in unserer mine haben wir ja einen case bei das borne soweit ich weiß und nachdem wir ja ein bisschen wolle brauchen und weil ich das ganz witzig finde werde ich jetzt mal ein ganz einfaches einen ganz einfachen versuchsaufbau machen beziehungsweise kein versuch sondern das habe ich eigentlich gerade schon getestet und es ist ganz witzig und zwar werden wir jetzt diese sogenannten Thaumcraft Seals ausprobieren dazu schaue ich jetzt erstmal was für materialien ich dafür brauche wo sind sie denn hier und zwar einmal brauche ich davon drei äh davon brauche ich drei und davon brauche ich drei okay das sollte kein problem sein bis auf glowstone das ist ein problem gut äh diamanttspitzhacke haben wir nicht aber wir haben noch diamanten ein und das müssen wir den jetzt erst auseinander schneiden damit wir daraus wieder diamanten machen können oder wie so dann machen wir uns mal eine diamanttspitzhacke diamanttspitzhacke dann weg mit den diamanten weg mit dem zeug was wir nicht brauchen weg mit dem zeug was wir nicht brauchen wir müssen jetzt in den nieder glowstone farmen glowstone farmen vielleicht noch eine spitzhacke und vielleicht noch ein schwert oder so ein bisschen holz okay dann bauen wir uns noch mal ein holz schön nach ein holz wir bauen uns ein holz nein wir bauen uns schwer da aber das können wir ja alles da rein tun so ab damit wir brauchen obsidieren wir brauchen obsidieren da ging es runter zu unserem zu unserer tbm jetzt wollte ich noch mal schauen wo sich denn hier genau der spawner befindet der war doch genau hier um die ecke oder nicht war der nicht hier irgendwo nicht nicht fackeln haben wir keine aber wir haben holz wo war der denn cave spider spawner wo bist du hast du rechts ne ah doch da hinten ist er ja da ist er ok so weit ist er ja nicht weg das ist doch nicht schlecht aber wir brauchen definitiv hier ist ja noch einer die sind ja sogar relativ nah und ich höre slimes ich glaube wir kriegen unsere ersten slime balls dann gleich noch ein großer slime balls so weiter im programm nicht lange trödeln keine fackeln dabei haben ist immer gut hier oben irgendwo noch kohle ja also was habe ich vor ich möchte mit dem thumbcraft seals eine simple falle bauen und zwar brauche ich eigentlich nur ein also ich brauche eigentlich nur zwei seals und mit diesen seals also ich werde ein seal bauen was mir die cave spiders ansaugt und dann werde ich ein seal bauen was mir die cave spider tötet das heißt ich habe praktisch zwei seals in einer also solche siegel angeordnet bestimmt angeordnet und die können mir dann sozusagen ohne dass ich was mache ja das das ganze zu also die die cave spiders töten in der anordnung und das möchte ich machen genau das ist eigentlich das im großen und ganzen so und um eben dies zu machen brauche ich jetzt ob sie und ob sie finde ich hier bestimmt nicht sondern da muss ich tiefer und dazu muss ich überlegen wo ich mein wo ich das letzte mal ob sie gesehen habe ja das ist so eine sache wo habe ich das letzte mal obsidien gesehen wo habe ich das letzte mal obsidien gesehen oder lava lava habe ich schon öfter gesehen wo hier nicht hier bestimmt nicht das kommt mir auch noch bekannt vor wo sind wir denn immer tiefer gegangen leute da hinten oder hoch kommen da nicht wir müssen noch weiter darüber gehen wir noch mal zum ausgangspunkt der war hier ach da geht's da ging es runter genau hier da unten war ob sie nehmen wir ziemlich sicher ja ziemlich sogar ich wusste gar nicht dass wir da noch so viele rohstoffe übrig gelassen haben ich dachte wir hätten das alles mitgenommen haben wir eigentlich jetzt wasser dabei nein aber da können wir uns welches machen oder ist sogar obsi nehmen wir doch das wie schaut's denn hier aus echt ey heute verklick ich mich aber auch nur noch ein einziges verklicken oh nein du wirst doch bloß wieder zum zum äh zum werwolf und dann hab ich dich am arsch oh eine kiste die hab ich noch gar nicht im deck gehabt das wollte ich eigentlich noch mitnehmen you're hurting me stop it nix da immer drauf so was mich wundert hatten wir nicht schon obsidian abgebaut nicht nein ich werde es mal schnell machen ja ich gebe es ja das ich es ich das ich